Ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Es ist endlich Sommer. Zeit, um die Bühne zu fallen. By the way, did you know, Sound travels faster through water than through air. That doesn't speed up the beat of the music though. Wenn ihr eine Jam-Session spielt, könnt ihr auch den Gesangspart übernehmen. Wählt einfach den Melodie-Part aus und dann, ob ihr singen wollt oder nicht. Wenn ihr Singen-Iden im Singen-Menü wählt, könnt ihr eure Gesangskünste verfeinern. Neulich hat ein Stadtmagazin doch wirklich zu meiner Sendung angemerkt, ich hätte einen angestaubten Musikgeschmack. Was für eine Frechheit! Moderner als meine Musik ist doch nur Musik aus der Zukunft. Die sollten mal diese hypermoderne New Age Musik hören. Nice to see you back. It's time for the Download Top 10. We've got some rocking songs lined up for today. Let's start with today's Top 10 Downloads. Are you still up? You must have a lot of free time. Or maybe too many catnaps. Well, there aren't any special messages from me past this hour. Listen to this and go to sleep. Sagt mal, habt ihr euch echt die ganzen Download-Hits angehört? So viel Freizeit möchte ich auch mal haben. Aber ich denke, ihr habt Glück, dass ihr so viel Zeit mit mir verbringen durftet. Ciao, bis zum nächsten Mal. This is Barbara, working overtime again on the Download Top 10. I've always got the latest information here for you. Let's start with today's Top 10 Downloads. Jazs Ich weiß nicht, dass ich das. Ich möchte eine magische Lampfläche wie die von Aladino sein, aber ich würde nur ein einziges Willen sein, aber ich würde nicht wissen, ob ich ein Geld bin, dann auch andere Orecchiehe, dann auch andere Vestigte, dann auch viele Fiblerinnen und dann auch noch... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Do you? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig Techn 커, 2017 werden die anak geschlossen auss Charlotte vor 80 Jahren gemacht werden Heb Graсть Gesamt hast du kr, 2017 Kunst trabajo, 2017 movements war Am 0, 2000 Ein Acker Mal Das ist ein ganzes Wettbewerb. Wenn ich das Geld-Folge habe, kann ich es nicht hören. Willkommen zurück zur Midnight Hour, wieder mit DJ Barbara am Mikrofon. Ist es nicht schnucklig, wie treuergebene Zuhörer willenlos meinen Worten lauschen? Wir halten uns gar nicht lange auf. Los geht's mit unserem ersten Song. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, habe ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. It's time for all the kids to go to bed. If you've got no worries, you've got no excuse for not being able to sleep. Here, listen to this. It'll send you right to sleep. Did you just listen to the entire Download Top 10? Wish I had as much free time as you do. Still, at least you got to spend all this time with me. See you next time, and check back soon. Jazz is definitely the music for classy adults. It's originally a blend of Western and African music that originated about 100 years ago. See, I know my stuff. That's because I'm a classy adult. Wasn't that fun? That's it for the Download Top 10 today. But I'm always getting new information, so check back soon. See you next time. Bestimmt findet ihr Ruhe entspannend, oder? Totale Stille kann aber den umgekehrten Effekt haben, hab ich gehört. Manchen Leuten kann man es auch nie recht machen. Naja, diese ruhige Musik ist hoffentlich genau richtig. Gosenfwa yomenai, onfwa nigate, っていう anta-tachi-demo kan-tani-kyoku-ga-tsuk-redu-ki-kai-o-sii-reta-wa-yo. Utau-dake-de-bakuf-ga-neki-lu-hada-sack-kyok-ni 気ままに鍵盤を叩けば楽譜ができる鍵盤作曲よ. Don't you think it's easier to hear distant sounds at night? Apparently it's because the Earth's surface is colder. Don't ask me how that makes it easier to hear things. Hello, Grime City. It's that time again. Time for the Download Top 10. I'm Barbara, and here are today's Top 10 Downloads. No need for applause. Just send money. Hello, Grime City. Welcome to the first Download Top 10 show. I'll bring you the latest information on the download rankings here whenever you need it. Let's start with the Top 10 Downloads for today. I was finally discovered by a talent agent yesterday. But they wanted me to be in a horror film. They said I didn't even need makeup. How rude! Do you know what piano means? That's Italian for loud. The full term is Clavicembalo col piano e forte. I'll stay with piano. Some people have been writing in daring to suggest that my musical tastes are more old age than new age. Huh! What a cheek! Let me tell you I'm a child of the age of Aquarius. Don't you think it's easier to hear Disappointment?